Ich bin in erster Linie an einem Verständnis der geologischen Prozesse interessiert, die im Inneren der Erde stattfinden. Ich studiere diese Prozesse im Labor und versuche sie zu reproduzieren. Weil wir keine Proben aus der tiefen Erde haben, müssen wir experimentale Messungen verwenden, um die physikalische Eigenschaften der Gesteine aus dem Erdinneren zu bestimmen. Einige der denkwürdigsten Ereignisse sind die, wenn wir die ersten Ergebnisse aus Geräten erhalten, die wir selber aufgebaut haben. Ebenso erzeuge ich die extremen Bedingungen von Druck und Temperatur, die bei der Planetenentstehung auftreten und studiere die Prozesse, die den Schichtenaufbau der Erde an anderen Planeten verursachten. Untertitelung des ZDF, 2020 Berlin